Nach dem Sieg am Dienstag der US-Demokraten bei der Senatsnachwahl in Georgia schien allen klar, der Dollar wird stark abwerten, weil die Demokraten jetzt die totale Macht haben. Präsident, Abgeordnetenhaus und eben auch Senat. Das wird den Dollar schwächen, denn die Verschuldung wird nach oben gehen, die Nachfrage wird angeheizt, die Inflation geht nach oben, also muss der Dollar nach unten und muss Gold auch dann nach oben. Das war eigentlich der absolute Konsens und jetzt sehen wir Gold fällt. Warum ist das so? Diese Frage, meine Damen und Herren, die versuche ich in diesem Video, so gut es geht, zu beantworten. Wir starten erstmal mit dem Goldkurs und dieser Chart, meine Damen und Herren, und das ist mir jetzt wirklich wichtig, der ist von Capital.com. Ich habe es vermisst, das mal wieder anführen zu können, aber jetzt habe ich die Gelegenheit ergriffen. Wir sehen der Goldpreis jetzt um und bei 100 Dollarchen gefallen seit dem Hochpunkt, kurz eben nach den Ergebnissen, die aus Georgia gekommen waren. Was ist da los? Eigentlich doch dieses Inflationsszenario nach wie vor intakt an den Märkten. Alle spielen das. Alle denken, ja, die Inflation wird anziehen. Also ist doch Gold eigentlich normalerweise unterstützt, weil Gold ja der perfekte Inflationshedge doch eigentlich ist. Aber es gibt da eben dieses kleine Aber und das möchte ich Ihnen jetzt gleich mal zeigen. Wir haben nämlich jetzt die Situation, dass die Renditen für US-Staatsanleihen steigen und auf der anderen Seite die Situation, dass die Renditen etwa für die 10-jährige deutsche Bundesanleihe nicht steigen. Die ist nämlich bei minus 0,5 Prozent. Aber jetzt gehen eben die Renditen für US-Staatsanleihen nach oben. Das heißt, die Differenz zwischen den Renditen, die man bekommt, wenn man eine deutsche Staatsanleihe kauft und der Rendite, die man bekommt, wenn man eine US-Anleihe kauft, die wird immer größer. Und das ist letztendlich Dollar-positiv. Denn viele werden sich sagen, okay, jetzt kriege ich ja langsam wieder Renditen im Anleihebereich. Das schien ja praktisch überhaupt unmöglich zu sein. Und dazu noch in den USA. Und das ist jetzt ein Unterschied von gut 1,6 Prozent zwischen der 10-jährigen US-Staatsanleihe und der Benchmark für Europa, der 10-jährigen deutschen Staatsanleihe. Das ist durchaus ein Punkt. Da fließen dann eben Gelder in den Dollarraum, fließen Gelder in diese Anleihen. Denn das wird jetzt wieder attraktiv. Und das bedeutet, dass der Dollar tendenziell unterstützt ist. Und wir sehen, der Dollar fällt nicht mehr seit dieser Nachwahl in Georgia. Er ist kurz nochmal unter Druck gekommen, aber seitdem stabilisiert er sich und legt jetzt langsam zu. Und das ist natürlich auch nicht so besonders toll für Gold. Und wir sehen Euro-Dollar jetzt bei 1,22,40 um und bei. Wir waren auch da schon 100 Pips, gut 100 Pips höher nach der Wahl in Georgia. Hier sehen wir mal die 10-jährige US-Staatsanleihe 1,15 Prozent. Das ist jetzt natürlich nach wie vor relativ wenig, aber der Anstieg ging relativ schnell. Wir kamen von 0,9 Prozent auf jetzt 1,1,15 Prozent. Also 0,2 Prozent. Wenn das jede Woche so gehen würde, dann hätten wir natürlich bald schon ein ganz anderes Thema. Am Anleihenmarkt ist das schon eine große Bewegung. Und hier sagt Lisa Abramowitsch, ja, das große, gute Argument für den Kauf von US-Aktien, trotz extrem hoher Bewertungen, auf die ich gelegentlich schon hingewiesen habe, meine Damen und Herren. Die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht noch an das eine oder andere Wort von mir daran erinnern. Sehen wir, dass jetzt eben auch der Unterschied zwischen der Dividendenrendite der Aktien im S&P 500 und der Rendite eben der 10-jährigen Staatsanleihe immer kleiner wird. Die ist jetzt so klein wie seit 2018 nicht mehr. Das heißt, wir bekommen hier tendenziell eine Konkurrenz, wenn diese Geschichte so weitergeht, zu den Aktienmärkten in den USA. Zumindest ist das so, wie gesagt, in Deutschland minus 0,5 Prozent ist nicht wirklich eine echte Konkurrenz. Und wir haben einen wirklich anständigen, ehrlichen Notenbanker in den USA. Das ist Robert Kaplan von der Dallas Fed, der hier im Dezember gesagt hat, ich mache mir Sorgen, dass unsere Anleihekäufe letztendlich dazu führen, die Preisfindung zu zerstören, Distorting Impact on Price Discovery, dass dadurch exzessives Risk-Taking ermöglicht wird, also das Eingehen exzessiver Risiken. Und dass eben diese Bereitschaft, exzessive Risiken einzugehen, dann eben auch zu Exzessen an den Finanzmärkten führen wird, mit denen wir dann schwer umgehen können. Das ist doch genau das Problem, das ist doch genau die Falle, in der die Notenbanken jetzt sind. Sie wollen die Welt retten und schaffen dadurch Blasen, schaffen dadurch eine Situation, die sie perspektivisch nicht mehr kontrollieren können. Je größer diese Bubbles werden, umso schwieriger ist das zu handhaben, umso katastrophaler wird die Situation für die Notenbanken, denn sie sind dann ständig Getriebene ihrer eigenen Entscheidungen, haben sozusagen immer Druck, müssen den Finanzmärkten noch mehr geben, noch mehr geben. Und je mehr sie geben, umso geringer der Wirkungsgrad, den sie damit erreichen. Denn es ist so, wenn man einen Chart sieht, wie viele Dollars aufzuwenden sind, etwa um ein Dollar Wachstum zu erzielen, dann sind es derzeit sieben Dollar. Tendenz weiter steigend, das heißt, wir haben einen immer geringeren Wirkungsgrad der Aktionen der Notenbanken. Und das ist genau das Problem. Gleichzeitig schaffen sie damit Exzesse. Und Exzesse sind normalerweise nicht so gelagert, dass sie sich dann langsam und ruhig abbauen, sondern dann macht es richtig Rums. Und dann ist die Frage, welche Munition haben denn die Notenbanken noch? Was haben sie denn da überhaupt noch im Köcher? Wenn jetzt zum Beispiel die Inflation anzieht und wir haben heute gesehen, die Stundenlöhne bei den US-Arbeitsmarktdaten deutlich gestiegen, plus 0,8 Prozent, eigentlich nur 0,2 erwartet, auch zum Vorjahresmonat sogar um 5 Prozent, gut 5 Prozent gestiegen. Vielleicht auch deswegen, weil, aber dazu will ich vielleicht gleich kommen, warum hier die Löhne so deutlich gestiegen sind. Jedenfalls sehen wir, wenn die Inflation jetzt auf 2 Prozent ansteigen würde, also die Verbraucherpreise, wir haben ja ansonsten eine etwas kräftigere inflationäre Erscheinung bei Aktien und Immobilien, wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben. Wenn also die Inflation auf 2 Prozent steigt, dann würden nur 15 Prozent aller weltweiten Anleihen überhaupt eine positive, reale Rendite noch bilden können. Das heißt, wenn die Inflation wirklich ansteigt, die Verbraucherpreise also, dann müssen die Anleiherenditen nach oben. Und das ist genau die Erwartung, die eben jetzt vielleicht so ein bisschen, zumindest kurzfristig, das ist nicht gesagt, dass das länger gespielt wird, aber kurzfristig ist es eben der Fall, dass das den Goldpreis belastet. Und wir sehen eben dieses exzessive Risk-Taking kaum besser als bei Tesla. Hier sehen wir mal diesen durchaus gewöhnlichen Chart, meine Damen und Herren. Das ist praktisch ein leichter Schräger-Chart, aber gut, das ist eine Geschmacksfrage. Jedenfalls, und das ist wirklich interessant, Elon Musk ist jetzt mehr wert als die Firma Exxon Mobile. Wow, take that, gas, nimm das. Benzin, also sozusagen klassische Ökonomie, wenn man so will. Fossile Energieträger, also die Marktkapitalisierung von Exxon Mobile, einst, noch vor wenigen Jahren, die größte, wertvollste Firma der Welt. Und jetzt ist Elon Musk reicher als das, was Exxon Mobile derzeit wert ist. Das bringt so ein bisschen die Paradoxie auf den Punkt. Tesla übrigens jetzt mit einer Bewertung des 30-fachen Umsatzes. Tesla müsste also 30 Jahre Umsatz machen. Dann hat man die Marktkapitalisierung drin. Umsatz, nicht Gewinn, denn der Gewinn bei Tesla ist ja spektakulär groß geradezu. Das ist ja kaum mehr überschaubar, kann ja keiner mehr zählen. Und wir sehen eben Exzesse jetzt auch. Hier zum Beispiel auf TikTok. How to turn your 600 Dollar Stimmy, das heißt jetzt schon Stimmy, das ist der Stimulus-Check, den die Amerikaner jetzt erwarten dürfen, into 13.000 Dollars. Also mach aus deinem 600 Dollar Check kannst du 13.000 Dollar machen. Das ist die Message. Ich bin sicher, dass diese Dame relativ, naja, mit Aktien vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat. Oder vielleicht direkt gesagt, die hat von Tuten und Blasen bei Aktien wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung. Aber ist halt so ein TikTok-Girl, das eben wahrscheinlich in den sozialen Medien erfolgreich ist. Vielleicht hat sie vom Tuten keine Ahnung, vielleicht hat sie einschränkend gesagt. Jedenfalls sehen wir, dass diese ganze Geschichte immer krasser wird. Und das gilt auch und vor allem eben jetzt für die Small Caps, also für den Russell 2000. Hier sind die meisten Unternehmen überhaupt nicht in der Lage, überhaupt Gewinn zu erzielen. Dazu sind sie extrem schuldengehebelt. Das ist praktisch der Zombie-Index. Und dieser Zombie-Index ist am stärksten gestiegen von allen seit dieser Geschichte mit dem Impfstoff am 9. November. Heute allerdings nicht so stark wie etwa andere Indizes. Aber sei es drum, es ist sozusagen geradezu typisch, dass eben diese Junk-Geschichten jetzt steigen. Ich hatte gestern auch gesagt, dass die Junk-Bond-Renditen, also die Renditen, die Risikoprämien für Schrottanleihen, auf ein neues Allzeittief gefallen sind. Also für jene Anleihen, die eigentlich Profi-Investoren gar nicht kaufen können, weil sie auf Junk gestellt sind. Und wir haben jetzt auch eine sehr bullische Stimmung, auch in den USA. Das war ja lange anders. Jetzt sehen wir AAII-Sentiment-Umfrage. Da sagen sehr, sehr viele, wir sind extrem bullisch. Schauen wir uns mal den 9-Week-Average an, also den 9-Wochen-Durchschnitt. Dann sehen wir, das ist massiv nach oben gegangen. Und hier sagt Troy Bombardier, dass in den letzten 20 Jahren in 11 von 12 Fällen, als diese Kurve so steil nach oben ging, dann der S&P 500 gefallen ist in den nächsten 1-2 Wochen. Natürlich diesmal nicht, meine Damen und Herren. Aktien fallen ja nicht mehr. Das ist ja das, was wir inzwischen gelernt haben. Und schauen wir uns mal dieses Investor-Sentiment an. 54% der befragten amerikanischen Privatinvestoren sind Bullish. Historischer Durchschnitt ist so 38, also das sind schon sehr, sehr hohe Werte. Dagegen, wenn wir uns unten mal, ich hoffe, Sie können das sehen, hier die Geschichte bei den deutschen institutionellen Investoren anschauen, dann sehen wir, das sind nur 25% Bullish und 41% Bearish. Also die deutschen Instis, die sind da relativ skeptisch. Die deutschen Privatanleger sind optimistischer. Da sind immerhin 44% noch auf der Bullen-Seite. Und hier dann heute die Aussage der Bank of America, wenn man sich Bitcoin anschaut in den letzten zwei Jahren, dann könnte das praktisch alle vorherigen Bubbles, die es gab, übertreffen in den letzten Jahrzehnten. Das halte ich natürlich für total falsch. Sie wissen, dass ich einer der glühendsten Gläubiger der Glaubensgemeinschaft Bitcoin bin. Dementsprechend ist das natürlich nur ein Negativ-Propaganda der Bank of America. Sie werden dafür in der Hölle schmoren, meine Damen und Herren. Das scheint mir sicher zu sein. Und wir haben heute, jetzt komme ich auf diese Arbeitsmarktdaten, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte, sehr, sehr schwache Arbeitsmarktdaten, minus 140.000. Allerdings wurden die Vormonate ein bisschen nach oben revidiert. Das hat dann den konjunkturellen Schmerz ein bisschen gelindert. Wenn man genauer hinschaut, sieht man aus dem Bereich Bars und Restaurants, es sind über 370.000 Stellen weggefallen. Jetzt sagt man sich ja, okay, wenn das mit der Corona vorbei ist und dann ist ja mit dem Impfstoff vorbei, dann wird das schon wieder. Also das ist ja nicht nachhaltig negativ. So war dann die Rezeption der Wall Street offenkundig. Naja, schauen wir mal, wie die ganze Geschichte da weitergeht. Und weiter geht auch das Theater um Seth Donald, der heute gesagt hat, also ich werde nicht teilnehmen bei der Inauguration von Joe Biden. Der wird wahrscheinlich am 19. Januar dann Washington Richtung Florida verlassen. Das ist das erste Mal in der jüngeren Geschichte, dass der scheidende Präsident nicht anwesend ist bei der Einführung, Amtseinführung des nächsten Präsidenten. Iman Javis, Washington-Korrespondent der CNBC, sagt, dass er mit vielen Abgeordneten der Republikaner gesprochen habe, sowohl im Abgeordnetenhaus als auch im Senat. Und da ist der Eindruck, dass die Stimmung total gegen Trump umgeschlagen ist. Everyone is just tired of Trump and afraid of what he might do next. Also man hat Angst, dass er noch irgendwie irgendwas anrichtet, sozusagen. Und Maggie Haberman sagt, okay, die Demokraten werden jetzt noch versuchen, ihn zu impechen. Macht natürlich relativ wenig Sinn. Und das ist angesichts der Tatsache, dass er jetzt nur noch bis zum 20. Januar im Amt ist. Aber es ist nur eben diese kurze Zeit, dadurch, dass er wirklich jetzt ja dann abtreten muss, dass das Impeachment-Verfahren verhindert, dass auch dann durch eine Mehrheit der Republikaner unterstützte werden würde. Also es ist so, dass Donald Trump jetzt ein Stück weit von den meisten Funktionsträgern der Republikaner praktisch geächtet ist. Das wird bedeuten, dass er dann für die Republikaner wahrscheinlich nicht mehr als Kanzlerkandidat, wollte ich schon sagen, Präsidentschaftskandidat, wird antreten können. Ich halte die Wahrscheinlichkeit für hoch, dass Donald Trump mit einem eigenen Fernsehsender dann agitieren wird und möglicherweise eine eigene Partei gründen wird. Er hat ja nicht wenige Anhänger nach wie vor. Und die besten Freunde von Sid Donald, die sitzen in China. Und wir sehen, dass Peking sehr, sehr nervös ist und hat die strengste Anweisungen an chinesische Medien gegeben, hier über Censorship, über das Alibaba-Antitrust-Verfahren, das in China läuft. Wir wissen ja, Jack Ma ist von der Bildfläche erst einmal verschwunden. Und offenkundig fürchtet der Peking sehr, sehr stark, dass diese großen Tech-Konzernen wirklich zu einer Bedrohung werden könnten. Dementsprechend hat man hier die Zügel noch mal deutlich angezogen. Und dann abschließend noch in Sachen Corona heute London. Hier hat der Bürgermeister gesagt, dass man eine massive Krise habe jetzt in London, dass einer von 30 Corona habe in London, also jeder 30. Das sind also mehr als 3% aller Bewohner in London. Und dass jetzt die Hospitalisierungen 35% über dem Hochpunkt im April lagen. Wir haben auch aus den USA ja katastrophale Daten bekommen, über 4.000 Tote in Deutschland, über 1.000 Tote. Also da ist natürlich doch der Busch ein bisschen am Brennen. Und die Frage ist, wie schnell kommt diese Vaccine dann wirklich in den Umlauf, dass wirklich nennenswerte Teile der Bevölkerung geimpft sind. In allen Ländern gibt es da Schwierigkeiten. In den USA ist die Kritik sehr groß. In Frankreich vor allem ist sie besonders groß. Die Franzosen haben kaum bisher impfen können. Macron steht da sehr, sehr unter Druck. In Deutschland ist das auch der Fall, wie man weiß. Also das ist sozusagen das Problem, dass sich diese ganze Impfgeschichte doch deutlich länger hinzieht. Dass diese Zahlen, die man eigentlich im Vorfeld genannt hatte, dass die überhaupt nicht erreicht werden. Und dementsprechend die ganze Geschichte sich weiter nach hinten verschiebt. So, meine Damen und Herren, das soll das erstmal gewesen sein. Etwa ziemlich anstrengende Woche aus meiner Sicht mit dieser ganzen Geschichte in Georgia. Mit diesem Sturm auf das Kapitol, der in der amerikanischen Geschichte ein Meilenstein sein wird. Etwas, was nicht so schnell vergessen werden wird. Und jetzt wünsche ich erstmal ein wunderschönes Wochenende. Würde mich freuen, wenn wir uns am Montag wiedersehen. Ihnen das Allerbeste. Bis dann. Servus und ciao.